So ist es Gottes Sache. Es wird ihm leid sein um mich. Aber wenn es so steht, kann es Ihnen doch nicht viel bedeuten, ob wir gerettet werden oder nicht. Nehmen Sie es mir nicht übel, Kasparson, aber es wird doch an Ihrem Schicksal nicht viel ändern, ob das Haus bis zur Rückkehr des Bootes hält oder nicht. Kasparson hatte für Ihre Worte ein leises, zu stimmendes Lachen. Er stand jetzt offensichtlich unter der Wirkung des Wacholder Geistes aus dem Fässchen der Bauersleute. Und Marlin hielt wohl ziemlich Schritt mit ihm. Nicht viele Menschen können sich von dem Glauben freimachen, es würde Ihnen wohl anstehen, Schöpfer der Welt zu sein. Aber gehen Sie einen Schritt weiter, Madame. Nicht viele Menschen können sich von dem Glauben freihalten, dass die Welt, mit der Sie es zu tun haben, das Werk Ihrer Einbildungskraft sei. Sind wir dann mit unserem Werk zufrieden und stolz darauf? Ich war's, an Frühlingsabenden, in Gesellschaft von Kindern und von schönen, klugen Frauen. Zu anderen Zeiten, wenn ich mit elendem Pakt zusammen war, hatte ich ein sehr schlechtes Gewissen als Schöpfer eines so billigen, geschmacklosen, dummen Krams. Herzlichen Dank. Vielen Dank.